Die TerraBlue-Ausstellung stellt also die Erde im globalen Wandel dar. Das ist auch der Titel der Ausstellung, TerraBlue, Erde im globalen Wandel. Hinter mir sieht man jetzt unsere wunderschöne Erde. Das ist so der Eyecatcher der Ausstellung TerraBlue, die Erde im globalen Wandel. Dann haben wir eine Ausstellung, die nennt sich Astro Kids, die ist parallel hier im Center. Da geht es um das spielerische Herangehen an Planeten und so weiter für kleine Kinder, für Kindergärten, für Grundschüler. Einmal im Vordergrund steht der natürliche Wandel. Nehmen wir mal die Meeresströmungen, nehmen wir mal die Entstehung von Eiszeiten, die Plattentektonik. All diese Dinge, die unsere Erde seit Jahrmilliarden formen und verändern. Und es mündet natürlich dann irgendwann auch im menschlichen Einfluss. Der Mensch hat seit der Industrialisierung einen sehr starken Einfluss auf unsere Atmosphäre. Der ist nicht mehr bestreitbar, der muss nur noch quantifiziert werden. Und das sind also alles diese Themen in dieser TerraBlue-Ausstellung. Es geht darum, dass man mit Satelliten aus dem Weltall einen globalen Überblick über den blauen Planeten behalten kann und dadurch aus der Ferne Dinge sieht, die aus der Nähe gar nicht erkennbar sind. Abholzung beispielsweise im Amazonas-Beckel. Aus dem Weltall ganz klar nachweisbar ersichtlich. Wenn man unten ist und man ist nicht gerade in diesem Gebiet, merkt man davon gar nichts. Die Ausstellung soll in erster Linie sensibilisieren und faszinieren. Deswegen sind jetzt viele wunderschöne Fotos aus dem Weltall in der Ausstellung integriert. Wir wollen den Leuten die Schönheit unseres Planeten zeigen, um sie dann im Umkehrschluss auch zum Nachdenken zu bewegen, wie man diese Schönheit erhalten kann. Ansonsten wird in der Ausstellung diese vier Bereiche geliefert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017